so hallo wir machen weiter bei deltaron und letztes mal haben wir einen kampf gegen bradley gemacht daraufhin wurden wir von ralcy und susi getrennt weil sie die wege gegabelt haben und sind jetzt auf noel gestoßen und die läuft jetzt mit uns in der stadt rum klingeling klingeling ah das resettet diese teile da ok it's a hole for mice to enter into it's a hole for mice to come from ah ich verstehe mice will rotate 90 degrees when they collide with the block citizens must push blocks to get mice in the holes use the bell to reset also ich kann das ding schieben und so weiter und wenn ich das mache dann gehen die wieder zurück ok und wenn ich hier drauf laufe dann löse ich die maus aus sorry chris could you deal with them somehow maybe if you can get them in the other mouse hole annoying mouse room ok alles klar ja dann muss ich halt so machen oder das hat er gut funktioniert dann muss ich es halt hier hinsetzen so jetzt ist sie zufrieden looks like dick to care of it kommt bestimmt noch mehr mausrätsel kann ich irgendwas tun nein scheinbar nicht ja auch nicht okay ja dann in den kampf what's going on what are we doing alles kennt sie noch gar nicht halt stopp nicht eigentlich hier kämpfen schwarze act einmal take care und sie soll den sparen mal kurz funktioniert ich hoffe sie weiß was bären ist ja well spät okay sie weiß weiß sie weiß bescheid sehr schön sie kriegt das sind easy noel easy kapiert wie das geht ok cool oh die sind neu ja komm gehen wir rein ambulances beeped towards you ok gut geht nur eine sache hospitality und direkt auf 100 prozent sehr schön needles aren't scary medicine is important you know das für euch covidioten das für euch ok ok so jetzt können wir beide weg sparen easy zack abflug prima so hier geht es längs ah ja pink ribbon das klingt nach einer waffe ah ja moin okay wer kann pink ribbon beide wahrscheinlich oh macht sogar schlechter grace area nee ja will ich das gar nicht haben ja moin dann ja haben wir die gefunden queen she says she wants me to be happy but why would i want to eat a case roll made of wires and why can't i just refuse sometimes i feel like chris and dad are the only ones i can say no to ok wenn du zu deinem vater nein sagen kannst das ist ja schon mal gut so ab dafür hospitality zack und ab dafür so voll rekrutiert sehr schön ok ich würde gerne da oben mit dem typ mal quatschen ok 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 er ist einfach die personifizierung der werke ok 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 er ist einfach die personifizierung der werke Aufmerksamkeit so ich kann hier links ich kann hier längs ich kann überall längs исп Miller & I Block ja moin ok das ist einfach der gleiche gehen wirs mal hier lang ich mag das nicht wenns überall weiter geht oh C Susi She's right there But I can't get the courage to say anything. Who's that person she's with anyway? It looks like kind of like... Ah, they're looking over here. Let's go. Oh, come on. Die haben voll Spaß und wir nicht. Okay. Gut. Ja, das geht dann auch nur so. Lol. Habt ihr Noelle gesehen, wie sie gelaufen ist? Oha. Oh, ich verstehe. Das war schlecht. Das war schlecht. Das ist besser. So. I can't even cross the street without getting my ass kicked. I love the city. Ach ja. Since everyone else got plugged, there are a lot more equipment. It's nice. Jetzt erkenne ich erst, dass deren Gesicht eine Steckdose ist. Deswegen werden die immer so diesen Rearwires, weil die... Ah. Gerade die haben diese Steckdose im Gesicht. Jetzt erkenne ich das erst. Das habe ich vorher nicht erkannt. Dass das Gesicht eine Steckdose ist. Ja, moin. Oh, was ist hier? It's an advertisement for a giant Ferris wheel. Gosh, that's amazing. Makes the one at the festivals look like toys. Haha. I wonder if Susie would want to. Gosh, who am I kidding? Susie would. Really? You really think so? Haha. And coming from Susie Expert. Chris, thanks. Hey Chris. How do you become the Susie Expert? Ah, wir sind jetzt Team Noelle Susie. Passt schon. Oh, schi. Ah, da kommt er gar nicht rein. Aber wir kommen auch nicht mehr raus. Ja, gut, ne? Okay. Act. Take care. Und sie sperrt den erstmal weg. So. Ach, come on. Und jetzt das gleiche nochmal. Ah, jetzt, ich kann nur zusammen. Ja, dann müssen wir zwei Runden halt aushalten. Ach, komm schon. Und wegsperren. Na, nicht angreifen. Sperren. So. Okay, hier geht's runter. Ja. Noelle. Noelle, please. Ich will doch erstmal weiterlaufen. Nein, ich will. Ich will. Ich will da oben. Ich... Hallo. Na gut. Aber dann kommen wir nicht mehr zurück, du Nuss. also es bleibt offen ja okay menschens kinder annuell wollte doch hier mit dem typ noch quatsch woher two young beings together on a school night could i interest you in some brand new dating shoes no you've got it totally wrong chris and i are just uh friends chris has been my neighbor forever we've been through so much sometimes it feels like we know each other better than anyone yet somehow it's hard to say we're exactly friends we are friends sandcasten freunde that's right we're friends it's surprisingly nice just hearing chris say that ah you two don't look together can i interest you in some brand new divorcing shoes come on typ come on so ist hier ein geheimgang nein nix nix da auch nix 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 okay hier auch nix so was ist hier oben wieder wahrscheinlich ein blick auf die dir mal asking for a friend a friend that looks and sounds exactly like me they are talking about me what hey got any way to deal with crushing is existential dread asking for a friend a friend that looks and sounds exactly like me aber kann ich zudem hin und den irgendwie verkuppeln kann ich irgendwas machen oder ist das einfach nur ein gag i think it's only a gag okay genug gag so nachdem wir das hier so super gelöst haben hey dir helfe ich nicht mehr bei mäusen so wie du mich herum kommandiert hast you became lost in the craftsmanship of the boxes okay na gut weiter oh no she is back chris it's queen she's right over there can you distract her somehow oh lmao you're here sorry chris while i've been looking for noel i've had like four of these all ages appropriate glasses of pure battery exit don't worry that was my throwing glass it's safe look chris chris cross applesauce now that we are twosies i feel like we are on the same mathematical wavelength you get me chris you do not do crazy things like have opinions or scream when i capture you or tell me horrible plans for smart boy theme park i just cannot compute it why everyone else is so ungrateful okay whoops that was my extra dangerous glass chris i just want to make everyone smile and if i become an evil willing to accomplish that is that bad is that bad yeah it's okay you do not have to answer you would be wrong but chris while we are still twosies maybe we could make the most of it we could play that game again ich bin doch noch zu klein dafür wasn't that fun chris aber aber ich passt doch nicht ja aber having a good time no one else to get in the way oh my god bradley queen i've been looking everywhere to show you this a monument to our greatness together oh um it's uh how do i put this very smart lying so smart you are ah i love tolerating you haha i knew you'd be in the mode such perfect taste very cool statues i did not know you had nipples i will soon in our ideal world chris feel free to admire our artisanship queen and i have plans to consider haha yes oh so good looking forward to that yum 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 let's go berkeley keep going i am right behind you lying procedurally lowing the volume of my voice der schnelle gang kam unerwartet sie muss auch ganz dringend los jetzt so because i must alt tab out of here noel what the fuck wow cool face phew looks like mike disguise worked it's silly looking but it beats what's hiding let's get going chris let's get going chris okay hat sie das jetzt unless i have to okay let's go for real this time ja haben wir den haben wir den langen text abschnitt jetzt hinter uns okay what is this phew chris can you stop looking at this ja das ähm nun von der maschine ist ja absolut gar nichts mehr übrig vor allem er hat einfach die iq unterhose alter der der typ ist ne bah der ist richtig widerlich oh unsere kollegen energetik music rafts from the boxes you are filled with the power of musical bagels okay ich muss ganz kurz mal was trinken weil meine meine ich muss jetzt so viel reden da trocknet einfach der mund aus ihr müsst mich ja mal ganz kurz trinken lassen so schon besser plop 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 so okay file saved so was haben wir jetzt hier yo how is it hanging we are making some extra money by selling in the city we got to make those bucks somehow got to buy new gear got to get new kicks i wanna be a car good thinking kk got to have a way to get around honk honk nein ich will deine cd bagels nicht mehr talk and who is that mademoiselle leave her own cap nice radio antenna you got there those are endless cap her i uh the blue let's play her a song vier sekunden song ey der ist länger als vier sekunden jingle bells jingle bells aber der ist länger als vier sekunden was ist das denn ach so this music it's nice music that's my favorite genre kk's always got it right that's why he's second in command who's first i'm not the leader can i be third did you like the big statue building it sucked took a look love haben die das gebaut warum the other job we did was way better it was big it's gonna blow your mind it was big okay irgendwas ist auf jeden fall big hier in der city das haben wir schon verstanden okay ich glaube wir haben jetzt alle texte das speichern wir nochmal so okay genug jingle bells musik gehört ah ne lass mich in ruhe okay hier ist city auf jeden fall ah die sind hier über der ampel okay ah dort ist noch so ein viech quatsch wär's mal mit den typen wieder welcome to cyber shoes to who is ampels would you like one ja immer you got a small shoe with a toothpick through it immer hab ich die jetzt wirklich oder was oder wie oder wo also hier schon mal nicht weil wir haben einfach immer noch die beiden dabei oh shit das habe ich oh nein tschuldigung ich habe vergessen dass es das macht ich habe vergessen dass es das macht ich tue es nie wieder ja aber was habe ich jetzt bekommen da ist nichts mit schule also es ist dann einfach nur ein text okay cyber shoes 1 oh ha this is the hottest t-shop hot 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 50% off for 100 you choose your own flavor ja einmal kann man ja kaufen ne okay choose your own flavor so habe ich mir das nicht vorgestellt ja dann bitte einen mit chris okay here you go chris tea was added to your items the fuck is this its own flavor tea the flavor just says chris ja das andere ist der novelty oder was okay okay also wir kommen an den glaube ich nicht vorbei ne ne da ist aber ne kiste okay take care spare ab dafür ab dafür aua take care spare ab dafür kiste bounce plate ja das sind weapons das braucht man nicht okay geh erstmal hier lang ja war klar okay aber die sind ja eh beide am schlafen na genau das heißt wenn ich jetzt zweimal die fände müsste doch auch sie dann problemlos beide direkt einschläfern lassen können dann muss ich da nämlich gar nicht rum stressen na dann kann sie nämlich hier steep mist machen und alles ist cool zack ab dafür sehr schön ach und hier wäre der andere weg ach so okay das ist dann überhaupt nichts besonderes gut wir haben immer noch keins von diesen drei blauen dingern gefunden von denen wir drei finden sollen also es ist äh sehr mysteriös aber gut wir arbeiten dran ich versuche immer schon irgendwelche secrets aber ich krieg nix das ist es ist ein manikin mit einer dress auf es es ist ein manikin mit einer dress auf es clothing store sale sale we are selling this for 75% off only 300 dark dollars ja komm her damit great doing business with you it was added to your armors assistant jetzt ist das ist ein manikin mit einer clothes permanenten du useless du scam auch hier kein scam aber die fans geht runter und ich habe dann allerdings ein ein unbekanntes ja komm wir probieren es mal aus ich habe eine unbekannte fähigkeit jetzt wir probieren es mal aus keine ahnung bye 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 we sold out bye oh come on guys ah ok wir dürfen wieder ok aber das ist doch jetzt wieder machbar hier wo allerdings ich will mal da runter da unten ist doch auch was ich sehe das doch von hier oh shit vielleicht wollte ich da auch erstmal hoch bleiben achso hä krank oh muss ich hier die stoppen und hier die oder was ah ich kann hier nur oh ah i see hallo das macht die sache natürlich etwas komplizierter nova So, jetzt aber ganz schnell Ich weiß ja noch nicht, wo ich da hin muss Das ist das Problem Ah, hier Puh So, jetzt können wir mal gucken, ob da noch mehr ist Hier scheinbar nicht Und runterwärts Ah, ist auch nichts anderes Okay War eine Idee Dogs, 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 dogs Irgendein Geheimgang? Nein, nichts Bin da sehr irritiert Hä? Wir gehen nach links Und stehen dann Okay Der Weg ergibt für mich jetzt nicht so viel Sinn Wo ist Noelle? Warum ist Noelle weg? Hier ist Noelle Hier nicht Na gut Bruder What the heck? Alter You found the moss Was macht Zorro denn hier? Äh, why do they look so pleased? I guess Marimos and stuff are kind of cute What the heck am I saying? Ist das ein Key-Item? Nee Hä? A dollar with a certain dog on it? Wann habe ich den denn bekommen? Ich habe keine Ahnung wo dieses moss ist Äh, wahrscheinlich irgendein Gag Jetzt ist ein Dumpster Seems like there is a pillow inside Okay The room between Der is a room between What? What? Hä, und jetzt bin ich hier? Wie bin ich jetzt zu diesem anderen Hä? Wie bin ich denn jetzt zu dieser anderen Straße gekommen? Ich habe mich ja eh schon gewundert Wie man da hingekommen ist Das war ganz merkwürdig Das hat gar keinen Sinn ergeben Aber jetzt sind wir wieder hier Ist hier irgendwie ein Äh, der will mir doch sagen Dass hier irgendwas anders An der anderen da ist Am Rand ist oder so Ach come on Ah I see Ah shit Ich meine, wir könnten natürlich jetzt erst wieder den anderen Weg gehen Aber ich glaube, wenn man wirklich ein bisschen Glück hat, schafft man das hier schon durch Na, soviel dazu Ja, komm, okay Wir gehen den anderen Weg erst nochmal Ist ja schon gut Ist das hier eigentlich auch Oh lol Äh, oh lol Ich kann hier oben auch nochmal lang Das heißt, ich kann der so machen Und dann darüber Ja, okay Das macht's einfacher Tatsächlich Ach, die Mäuse wieder This hole has a switch inside of it Maybe we could try to put something inside What do you think, Chris? Was sind das hier alles für Knöpfe? Ach du Schande Ich kann die also gar nicht verschieben Ja, das habe ich verstanden Wir gucken uns mal an, wie sie aktuell laufen würde Genau, okay Gecheckt Gut Ähm Dann müssen wir uns erstmal hier rum kümmern Also die Maus sollte ja eigentlich überhaupt nicht nach Ja, das passt doch So Jetzt geht sie nämlich da lang Jetzt geht sie da einfach durch Jetzt muss sie nur richtig rum da hingehen Wir probieren das mal aus Ah, easy Chris, you did it We should be able to Huh? The force field's still up Did we miss something? Hello? I wonder what we did wrong? The force field is still up Chris, I can't believe you made those mice I guess landing on the switch turned off the force field Let's go Chris Ja, das ist auch Teamwork Noelle Das ist auch Teamwork So stelle ich mir Teamwork vor Das war der Erneuen Mausrum 2 übrigens Chris Chris, you aren't going to touch the cheese, are you? I am going to touch the cheese You rub the cheese down like a beloved pet Suddenly Mouse blocked the way Lul Trap 1 Kann sie dann schon sparen? Oh, ach so Press X to trap No So close Okay Left, right, left, right Mouse is thinking about overly elaborate machines Einfach brain Einfach brain Na, mein Gott Aber in vier Runden haben wir es dann sowieso Easy Na, mein Gott Ich bin so schlecht Wahrscheinlich fange ich sie jetzt beim letzten Move Wo sie sowieso dann gespaart würde Ah, schade Aber war knapp So Jetzt kann ich sie sparen Aua So Drei Mäuse müssen wir auch sparen Ja, moin I never wanted to see cheese ever again The cheese was destroyed in the hate of battle Feels like you lost sight of what was important Oh je Der gute Käse Da ist eine Truhe Oh mein Gott Chris Ja, nein Jetzt brühe ich den Käse nicht mehr Keine Sorge Glaube ich We did it City Bagel So, jetzt wieder vorsichtig zurück Easy Das ist dieser typische Undertale Beziehungsweise halt Tobi Fox Humor Das ist Das ist schon großartig So, der nächste In Neuen Maus Room It's a dead end The switch Didn't seem to work Chris, the platform's falling Help me Chris, what are you doing? You made me It's fällt die nächste wahrscheinlich Sorry, Chris You just saved me, didn't you? Oh, no This one's falling too Chris, whatever you Just did Keep doing it What the fuck Macht der denn jetzt da? Alter, ich kann nicht lesen, was du schreibst Die ganze Zeit Nein Nein Also ich hab keine Ahnung, was er sagt Ich versteh So schnell kann ich nicht lesen Ich kann nicht gleichzeitig da gucken und lesen Das wollte ich sagen Ja, er sagt irgendwie sowas wie Dass er nur besser versteht als wir Alter, halt einfach die Klappe Ich kann jetzt nicht Merkst du nicht, dass ich beschäft... Wie soll das jetzt gehen? Hä, das kann so nicht gehen Hä, das kann so nicht gehen I love mouse wird das Ja, das seh ich auch Aber das... Ja, jetzt ist es in der Mitte wieder Warte Mitte geht Mitte krieg ich hin Ja, das ist das englische Compendium zu... Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn Und Chris, wenn jemand fragt... Ich solve die Puzzle Es ist nicht fair für dich Sie war neu, took extra credit For a fluke Get it? Let no one think otherwise Especially Susie Du know, sie just lorded over me Okay Gosh You know, I don't think I'm afraid of mice anymore Actually, I think they might be kind of cute Anyways, let's keep going Noel is now immune to mice Na das ist doch schön So, wir können auch gleich mal speichern. Dann kommen wir uns doch gleich mal mit den Mäusen hier oben nochmal anlegen, dass wir die schön rekrutieren können. So. Dann catchen wir jetzt nämlich alle. Yes, es geht doch. Oh, schießt die Mau, Alter. Das war eine andere Art von Maus. Ich habe das schon verstanden, Spiel. Das war diese andere Maus. So, wir haben drei Mäuse rekrutiert. Perfekt, Diko. Oh, lol. Einmal Maus erwischen, alles Käse kaputt. Ey, wo ist mein Speicherpunkt? Are you serious? Ich will meinen Speicherpunkt zurück. Wollt das speichern mit der Maus? Frech. Na gut, dann speichern wir halt nicht mehr. Ist okay, Spiel. You duck so the trash and found 20 dollars. You duck so the trash and found 20 dollars. Ich wusste... Es war so klar, dass irgendwas passieren muss. Pop-up and mouse appeared. Okay, also für Pop-up wissen wir, was wir tun müssen. Wir müssen es blocken. Und bei Maus... Ah, sie hat jetzt N-Action. No-L-Action ist es dann. Kriegen wir hin. So, schön die Pop-ups blocken. Easy going. Und die Maus ist auch. Okay, sehr schön. Das ist wieder diese andere Maus. Gut. Dann können wir jetzt erst mal Pop-up blocken und die Maus weiter N-Actionen. So. Weg mit dir. Und jetzt ist Pop-up auch 3 von 3. Perfekt. Da hat nämlich noch einer gefehlt. Sehr schön. Und die Maus wird weggespaired. Easy going. Noch ein Gegner? Nein. City Bagel. Wir dürften bald unser Item-Inventory voll haben, aber dann geht es ja in den Storage. Was ja nicht weiter schlimm ist. Oh, oh, oh. Well, what are you doing with Chris? Um, I, um, I, I. We have, uh, Twos. Uh, Twos with Chris? Haha, that's impossible. That would be double Twosies. Huh? Very not, my dearest Noel. I know what you really want to say. You, you do? Going along with all this. You feel forced, don't you? It's why you're not with Queen right now. Thirdly, you get it? Yes, I do. Chris is forcing you to be on their side. Kidnapper, Chris, our truth is over. Well, this may hurt, but if it's to help you. Wait, just listen to me. Okay, we campen wieder gegen Bertly. Vielleicht können wir diesmal wegsperren. Okay. That he is nerfed. Play smart. You encouraged Noel to use her mind. A magic increased. Bertly found her smarts appealing. Chris, I get it. Your heads got it. Okay, danke für nix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, verflucht. Okay. Ähm. Ja, moin. Aber wir sollten uns erstmal heilen, ne? Das ist grad nicht so gut alles hier. Blöd. Dann heilt sie sich erstmal selbst. Aber er hat halt schon ordentlich Attacken. Ei, ei, ei. Jetzt kommt er wieder mit seinen Abendlustdingern. Bruder. Play dumb. Don't play smart. Oh ho. Da ist jetzt aber gut, dass wir ihre Magic increased haben. Ich glaube, dann kann sie schneller die hier... Oh mein Gott. Also sie kann die ja einschläfern, na? Dafür muss ich nochmal defenden, glaube ich. Jetzt müsste sie die einschläfern können. Dann sind die nämlich wieder raus. Genau. Bloß haben wir damit jetzt halt nicht... Ja, da ist dein Team weg, Kollege. Oh Gott, nein! Ich bin so gut wie tot. Ja. Ja. Dang it. Noel is down. Schlecht. Ich glaube, Birdly ist der erste, wo ich wirklich Game Over gehe. Ich glaube, wir können mal was hier nehmen. Wir haben ja eigentlich die Luxity Bagels, ne? Na komm, Noel kriegt ein City Bagel. Aber Chris ist halt auch so gut wie da. Das ist schlecht. Das ist alles schlecht. Boah, haha, okay. Wir sind irgendwie ausgewichen. So, jetzt kann Chris wieder acten. Aber Chris kann jetzt nur Play Dump machen, weil ich muss mit Noel Chris heilen. Mehr geht leider nicht. Äh, so. Ah, Chris. Shame I must defeat someone so lowly. Das hat ihm nur plus 8%. Ja, das war... Ah, das wird dauernd, der Kampf. Und das ist schlecht, weil er hat gute Attacken. So, zum Glück hat sie einen ordentlich geprayed. Nein, du sollst nicht noch mehr holen. Nein, nein, die kommen nicht mehr. Du musst nur gut ausweichen. Deinen scheiß Noten, Alter. So, jetzt wieder hier weiter. Plus 16%. Wir haben die Hälfte erreicht. Uiuiuiui. Oh, nee. Nee. Mist, die ist schon wieder down. Ach, komm schon. Dann gibt's den nächsten CD-Bagel für sie. Oh, nein. Alter. Ey, ich schaff den Kampf nicht. Ein Fan von dieser Tacke. Ah, das gibt's noch nicht. Ach, das gibt's noch nicht. Junge, der richtet mich auf. 72%. Das ist... Ich muss meine Items weiter hierher geben. Das hilft nix. Aber Chris ist jetzt halt gleich down. Oh, scheiße. Aber sie könnte halt zumindest Chris heilen. Wenn sie überleben würde jetzt, kann sie zumindest Chris heilen. Oh, nee. Ich mach da wieder den hier. Nein! Okay, sie lebt noch. Dann kann Chris jetzt nur kurz dump-acten. Und sie muss Chris heilen. Äh, Chris heilen. Okay. So. Jetzt wird ein Wellgler wieder einen Abflug machen. Das ist eigentlich... Ah, ich wollte gerade sagen, die einfachste Attacke. Die kann ich am besten aus... Okay, wir leben beide noch. Sehr schön. Er hat noch... Ach, das sind 80. Das reicht immer noch nicht. Ich brauche immer noch zwei Runden. Scheiß, Dreck. Ah, ich brauche immer noch zwei Runden. Dick, weg mit deinen scheiß Noten. Gott, dang it. Ich könnte es riskieren. Wenn ich die Runde überlebe, dann kann ich ihn sparen mit Chris. Aber ich muss jetzt halt überleben. Oh, never mind. Ich muss ihn nicht mehr sparen. Dadurch, dass er bei 100% gelandet ist, reicht es schon. Okay. Puh. Dammit. Bertly, are you okay? Chris, maybe we should have gone easier on him. Go easier? The only one going easy mode was me. You look exhausted. I'm only tired of holding back my true power. Ah, no, well. It'd be too simple to save you now. Chris, go ahead and train your strength value. Try hearted. Maybe someday you'll be a worthy rival. Ha, sometimes I can't believe how cool I am. Oh my God, we have so viele items verbraucht. He hit me in the face with a tornado. He hit me in the face with a tornado. Ja. Genau. You have a filled hüfte power of chicken nuggets. What? Alles klar, Spiel. Aber wir haben so viele items verbraucht. Ei, ei, ei. Aber wir haben auch so viel Geld. Wir können ja CD Bagels nachkaufen. Puh, okay. An der Stelle Schluss mit dem Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. So, um說enSTA Smart. Let's see what happens. Let's see what happens. So this is a frame size and estarse.